Geht's jetzt wieder besser? Ja, danke. Ich dafür. Mit einem Schwanz kann man sich hier alles erlauben. Ich hab so was noch nie erlebt. Dann hast du wohl noch nicht so viele Männer getroffen. Das stimmt wohl. Was siehst du da? Wie? Hier. Oder am Himmel. Oder in deinem Kopf. Das sieht ganz schön krass aus. Was? Die Kleidung von der Frau da. Ich frag mich, wieso man sowas trägt. Das muss doch unglaublich unpraktisch sein. Vermutlich war das ihr gefällt. Ich meine... Das sieht ganz schön heiß aus. Oder warum starrst du sie die ganze Zeit an? Ich starr überhaupt nicht. Sie hat einfach schöne Haare. Ich finde, du hast schöne Haare. Kannst du das Mobile schieben? Lachza, lachza. Sabrina, du hast eine Befahrt mit dem Kaffee. Das ist gut. Die Befahrt mit dem Kaffee. Die Befahrt mit dem Kaffee. Oh, das ist gut. Wie ist das denn? Ich weiß nicht, wie die Befahrt mit dem Kaffee. Ich weiß nicht, wie die Befahrt mit dem Kaffee. Ich weiß nicht, wie die Befahrt mit dem Kaffee. Ich weiß nicht, wie die Befahrt mit dem Kaffee. Ich glaube, es ist nicht nur deswegen. Ich wusste irgendwie nicht, ob ich mir das alles nur eingebildet habe. Nein. Nichts hast du dir eingebildet. Und, er Also, ist das alles ok? Nicht mein bester Tag heute. Wieso? Wir verlieren vielleicht unser Geschäft. Wir, also meine Eltern, haben ein Geschäft für Brautmoden bei der Sonnenallee und das wurde vor einem Monat überfallen. Bei der Sonnenallee? Ja, es waren zwei verrummte Frauen, die standen einfach da mit gezogenen Waffen. Und es wurde ziemlich viel Geld geklaut. Und die Versicherung zahlt nicht, solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind und die Ermittlungen... Es tut mir leid. Sorry, ich wollte nicht... Ich glaube, ich habe es nur ein bisschen unterschätzt mit dem Kader dieses Mal. Schon okay. Okay.